jo also wir sollen ja jetzt ein stromkraftwerk oder ein windrad was den strom liefert in die luft sprengen damit die peacekeeper ja praktisch keine sicherheitsgedönse mehr haben in ihrem bahnhof und dann von den zombies überfallen werden und praktisch dann aus dem geschäft sind aber wir müssen erst so wasser uhr genau da müssen wir sprengstoff da drüben machen wir doch mal warum kann sie bitte jetzt wenn ich drücken muss ich kriege so hallo kommen sie dann gehen wir mal 200 meter über stock und über stein und was wir ganz viel brauchen sie wieder honig ja und kamille und kommt man da aber noch mal kann man da oben aufglitter ja aber dann stehen sie da oben bin ich halt da hinten rüber und so mal auf jetzt wollen sie mal was lernen da kommen sie mal hier ich will jetzt noch mal gucken beim letzten mal habe ich probleme mit dem rutschen gab hallo jetzt kann die rutschen ein kleiner schlieg rutscher wissen sie eigentlich was schlieg rutschen ist nein das ist wieder so ein nordischer begriff ne ja genau schlieg rutschen sagt mir doch der name schlick schlick moment wo müssen wir jetzt hin wo ist denn jetzt der wasser ich bin ja schon hier der ist ja schon wie bist du denn da hingekommen ja ich stehe hinter dir du kannst dich hinter mich stehe um haus können wir dann so unternehmen müssen darüber oder brennt ich trau mich jetzt nicht da runter zu springen immer ein bisschen weiter hier der box was ist denn hier passiert hier brennt überall kommen sie mal hier auf die lampe wir gehen mal hier rüber los ist hier los aber und hier ist auch niemand hier ist der ich habe ich rede mit dieser junge alles was ist hier los pk was sie haben uns nach waffen durchsucht haben unsere monotow cocktails gefunden und sind dann durchgedreht haben jeden in sichtweite abgeschlachtet da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen wer und wo sind die bomben für alberto wir konnten ein paar davon rausschicken die kuriere haben sich zuletzt in der nähe des star square gemeldet dann funkstelle es wäre zu schön gewesen wenn es mal alles ein bisschen einfach geht ja einfach springladungen sind verschwunden ich gehe zum star square da wurden sie zuletzt gesehen ganz genau ich tue was ich kann ich melde mich ja dann gehen wir mal da runter wir müssen da hinten 89 80 meter amago lass sie vorgehen weil ich möchte nicht in ihren kreis kommen hallo heißt denn jetzt schon wieder hallo ehrlich kommen sie nicht erwarten wo wollen sie bei den dunskreis kommen da drüben ist ein bisschen ein ein mück ich höre was unter unter uns das war runter springen in den x bereich auch da stehen sie doch schon die infizierten auf dem platz ich muss eine andere waffe haben ja ich muss überhaupt eine haben vielleicht sollte ich mal mit wurfmessern arbeiten warte ich mach mal mit Nummer eins Nummer zwei oh das war's kann man die alle durchsuchen ja ne warte ich such mal der hat ein paar hallo warte mal hallo hat er gesagt wer ich weiß nicht in einer hallo so ich muss natürlich suchen sprechen sie mit der überlebenden wache hallo sie warten jetzt mal ich mach doch gar nichts ich sag's hier die wie nennt man das stabile seitenlage hier ist die stabile seitenlage nein die hier gucken sie mal weil dann können sie richtig dann ist da nicht die rückenlage aber hier ist die stabile seitenlage schauen sie mal naja ja wenn der kopf zur seite ist dann ist so dann gehen wir mal da rein hallo hallo scheiße amigo ziemlich heftiger kampf haben die pk's den transport überfallen sie haben alles und jeden durchsucht die bomben haben sie gefunden sie hätten sicher einen hinweis haben sie alles mitgenommen weiß nicht auf einmal bekamen sie angst was wo sind die sprengladungen hey sie waren auf dem hof komm vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut irgendwas stimmt doch nicht zum weg sind die infizierten aufgetaucht da sind alle abgehauen die bomben haben sie wohl liegen lassen komisch dass sie die nicht genommen haben waren doch kaum zu übersehen trottel also ich habe jetzt gesagt du bist ein komischer wachbar wie gesagt ich bin so groß guck mal hier böse ja Autor geladen mehr Warte, da müssen wir mal erstmal die kleinen hier weg Warte mal, warte mal, ich hab die Idee Komm her Warte Bist du denn da, bist du Können wir die nicht irgendwo hintreten? Der Große ist aber langsam, ne? Warte mal Da stand irgendwas X drücken und dann irgendwas machen Wie war das jetzt? Darfst du machen? Oh, scheiße Boah, was ist das für ein Riese Irgendwas war da Aua, von hinten Warte mal, hier können wir so treten Alter, da sind zwei von denen Warte mal, ich versuch mal Da sind zwei von denen Hauht irgendwie nicht hin Warte mal, wir müssen doch nur hier die Sprengler Warte mal, warte mal Hier sind überall so Dinger Ja, aber wir brauchen die Sprengler Ja, ich mach doch gerade Ach so Du lenkst den ab Einer hab ich Alter Lenk die alle ab Lenk ihn ab Hast du gefunden irgendwas? Hier, was kann man mit den Gasflaschen machen? Hier kann man was finden Ja, die Gasflaschen sind cool Die kann man werfen und anzünden Warte mal Ich muss erstmal die Kleinen hier wegkriegen Die Kleinen? Ja, die hinter dir da nicht anbeißen Ja, ich mach mit Nee, 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 nee Du wolltest nicht zu mir Du wolltest gar nicht zu mir Alter Geh weg Oh, ich bin down Ich bin down Oh, was kommt hier für einer? Ich bin down Ja, toll Und der Die werden super stark Und wie sind sie denn? Ja, ich lieg hierhin Hier so Hier so Guten Tag Äh Jetzt, schnell Und jetzt weg Danke Ich muss erstmal hier oben rauf Ich muss mich mal kurz verarsten Oder ich suche mal eben Oh, hier Hier sind drei Das sind drei Da ist noch einer Da Aber das ist noch eine Kiste Vielleicht müssen wir eigentlich nur an die Kisten Ja, die brauchen wir nur an die Kisten Ja, und in der einen Kiste war nichts drin Da ist noch eine Kiste da unten Ich versuche mal an die Kiste zu kommen Kann ja mal Jawohl Sprengladung habe ich Ja Der hat nichts gemerkt Der steht nämlich dahinten Okay Ich habe auch eine Sprengladung Oder... Oh Und weg Wollen sie das jetzt? Nein, ich habe nichts gemacht Ich muss eben hier oben sagen Ich muss nur kurz heilen Äh, ist der jetzt hier hochgesprungen? Was ist der für alter? Moment mal eben Was ist der für alter? Oha Was kommt der denn her? Ich hoffe, der hofft mich jetzt hier nicht runter Ey, die sind aber ganz schön heftig hier Äh, ich frag mich nur Wie kriegt man die kaputt? Wurfmesser vielleicht? Auch die anderen Oft genug draufschmeißen Moment mal Äh, hau ab Ich glaub der twittert Ich drehe den runter Ja, hab ich schon gemacht Ich brauch Wurfmesser Alter Da sind meine Wurfmesser Da unten Wie braun Der kommt Hallo Der kommt auch Ah ja, mit Wurfmesser Da lacht er sich ja kaputt Ich hab hier noch eine Kieße nicht durchsuchen Oh, der hat mich so ne... Ey, der hat mich da runter gehauen Ja, der hat mich ja gleich auch hier Weil ne, der hat gar nie mitgekriegt, dass ich da war Der eine fang Tag Tag Wir müssen mal eben kurz, klein Moment Sind wir alle Kisten durchsuchen? Ja, wir müssen alle Kisten durchsuchen Aber auch alle Okay Okay Haben sie die erste auch schon, die ich hier aufgemacht hab Weil... Brauch ich doch nicht Achso Weil... Du musst nur die Kisten durchsuchen, die noch angezeigt werden Ja Ich helf dir eh Alberto, ich hab die Sprengladungen Großartig Sehr gut Worauf wartest du dann noch? Komm hier hin Komm hier oben rauf Woher? Komm hier zu mir jetzt hier hoch Ja, ich komm mal Dann müssen wir hier übers Haus weg Ich grüße sie Was? Ja, der hat mich so drauf angekriegt Mich aber nicht, ne? Mach doch! Ja, hier komm Hopp, 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 hopp Ich mag diese großen Kerle nicht Die sind riesig Die stinknackig Das kannst du dir schon nicht sagen Oh, guck mal Alle aus Juri, die sind schauer Obwohl ich die ganze Zeit Ich hab mir da drauf gehauen 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 Wo bist du denn da? Wohin? Laufen sie Äh, noch da hinten, da Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warten sie Warten sie Ich komm mal wieder raus Ich bin doch die Kletterjuli Bleiben so ruhig Warten sie, ich muss mich eben kurz heilen Oh Gott! Warten sie Warten sie Warten sie Ich komm mal eben zu ihnen Ich komm zu ihnen Ich komm zu ihnen Ja, es ist schön Warten sie Ich muss mich heilen Warten sie Was? Sie sind doch schon da Oh nein! Oh nein! jetzt zum wasserturm oder wo müssen wir ziehen wir haben die sprengler ich habe keine ahnung jetzt sind wir hier wieder am wasser wird mir hier irgendwann angezeigt aber warte mal ich gucke auf die karte wird zum bazar müssen wir ach so zum wasser hallo schöne arbeit macht ihr hier dann höpfen wir mal zum lauf mal schon wieder zurück ja es kann nicht sein ja hallo hallo ich wollte gar nicht ich wollte ja gar nicht aber es ist wirklich los seid ihr euch mal böse wir brauchen bienchen und so sollst du da ist noch was da muss noch kamille da ist noch da habe ich die pilze hat sind aber auch das ist doch unwichtig was haben die federn was willst du damit machen wir weiß nicht inventar da man für deine waffe auf dem waffen waffel so weiter geht's freunde moment scheiße falsche taste wo sind sie denn schon wieder ich habe die falsche taste gedruckt wo bist du denn schon wieder ja mein kumpel der hat das wasser und ich auch nein aber er hier er hat das wasser für euch deshalb habt ihr wasser ich habe kein wasser du läufst du in den verkehrten richtung oder nein ich laufe durch dich also du hast auch echt ja ich bin eine hüpferin kreuz und quer völlig unnütz was willst du von mir da kommen sie ins miet oder was oder wollen sie jetzt da stehen bleiben ich will ein bisschen hüpfen ich hüpfe so gerne ich hüpfe so gerne so nach ihnen ja hier kenne ich mich aus hier waren wir schon mal ne gehen sie vor das ist meine meine nacht tour hier wochen sind es nicht denn diesen duftverströme nicht weil ich mit dem passiert kommt es auch verwandelt ist ansteckend sein mit dem singen ich habe Angst dass er sich verwandelt los müssen zum balsam da man kann auch durch die ganze rennerei kann man sich auch ganz schön auf die schnauze legen wissen sie das eigentlich ja aber hier ist honig und bienchen hallo meine liebe jede menge klemmten gehen sie mal da weg warum kann ich denn nichts aufnehmen inventar ist voll ich fand noch mal verkaufen also aber sie sind da so ein kleiner messi das ist ja nicht wahr ich habe die bienchen denn hier sind gar keine bienchen ne ich höre sie ja aber ich sehe sie nicht ach so du hörst sie aber komm wir haben keine zeit wir haben jetzt alles wir haben wir haben spiel müssen jetzt da unbedingt darüber und das ist doch der bazar Hier ist der Busch, oh ne, hier ist der Busch, so schnell zum Bajar, warte mal, kann auch hier drauf springen, da passiert irgendwie auch nichts. So, jetzt müssen wir wieder hier, reden wir mal mit ihm. Dein Vater. Da bist du ja. Nur zwei? Den Rest haben die PKs. Wir müssen, du musst, wir brauchen, ich kann nicht ohne... Nitrat, wir brauchen Dünger, mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Nightrunner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen, lebt auf einem Dach, ob Freunde oder Feinde, wer weiß. Kilian, kennst du ihn? Kilian, Hagons Kumpel? Ja, Kilian, ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt, danke. Oh man, dem Mann kann man auch nicht lange zuhören, ey. Das ist schwierig, ne? Komm, wir gehen mal her. Ich kann da oben wieder, ich kann da oben nicht pennen, das kannst du vergessen. Da hake ich wieder fest. Ja, da müssen wir uns einen anderen... Ja, wir gehen jetzt, wir haben 15 Uhr, 10 Meter, wir müssen nach vorne hin, komm. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit. Ja, ja, ich bin hinter... Geh das mal. ...hinter... ...hinter... Wer war denn nochmal Harkon? Komm mal her. Entschuldigung. Was hast du denn nun dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gründlich vermasselt hat. Kommen sie. Wir laufen da jetzt noch schnell hin, komm. Ja, klar. Aber wer war Harkon nochmal? Harkon war doch der... Ach, Scheiße. Aber du läufst doch hinterher, ne? Ja, ich glaube, irgendwie war hinterher. Wer war jetzt Harkon? Ach, den ganz am Anfang. Der uns geholfen hat. Ah. Aus der U-Bahn. Warum komm ich in den Raum nicht rauf? Wollen wir nicht? Wollen wir ihnen eine Hand reichen? Junge! Wo wollen sie jetzt zum Winter oder was? 91 Meter. Ich sehe das gerade nicht. Ja, das ist schlecht. Kommen sie einfach mit. Der lebt hier irgendwo auf dem Dach. Ach so, wir wollen uns zur Hauptquiz. Okay. Ja, was denn sonst? Ich dachte, die wollten nochmal schlafen. Da ist doch die... Ach, 15 Uhr. Hallo? Kommen sie her, der ist hier. Ich kenne Harkon nicht mehr. Ach, der war das. Ah. Okay. Ja, ich weiß. Killian! Jetzt weißt du... Killian! Hier ist Aiden! Mach! Auf! Junge! Gehen sie zu Killians Hüte! Das ist ja die nächste... Wo kommt der denn her? Ich kann nicht. Killian? Na, das macht man aber nicht. Ja, da ist der Durchfall. So, pass auf. Wir müssen jetzt zu seiner Hüte. Wo ist die? Ach so, wir müssen zu seiner Hüte. Ist die hier? Nee... Ja, eigentlich doch. Komm her. Du musst hier hinkommen. Ja, ich komm. Ach, hier hinten, hintereingang. Bist du da? Killian! Warum macht der denn die Bude nie auf? Ich mach mal Dietrich, ja? Hm? Ich hab sie mal gehalten. Das ist sehr nett. Ich bedanke mich für die Scheiße. Moment. Dietrich. Dietrich, Dietrich. Schon mit der Krille war vorne. Abgebrochen? Nehmen wir den nächsten. Na, noch ein bisschen. Open. Okay. Killian! Mal rein und gucken. Hallo! Killian? Killian? Kannst du mal Licht anmachen? Kannst du mal Licht anmachen? Kannst du mal Licht anmachen? Weil sonst kann ich hier nichts mehr machen. Nämlich zu viel im Inventar. Ich hab nämlich zu viel... Wir gucken auch mal schnell im Inventar bei mir. Und was haben wir denn da dran? Die haben aber alle guten Schaden, ne? Die Waffen. Naja, die könnte besser sein. Kann das ja alles hier rüber packen. Pfeile? Pfeile Beile. Gebrochene Schaufel. Guck mal. Oh, mal Knüppel. 37 hat die. Könnte nicht schlecht sein. So, und jetzt gucken wir mal. Hier lag auch noch was. Wo lachen das jetzt? Also, tut mir leid. Ich komm mit dem Menü nicht klar, ne? Hm. Du hast doch immer, wenn du so, so, so Punkte oben hast, hast du auch immer, äh, dann hast du was Neues bekommen, ne? Mhm. Und das wird mir einfach nie angezeigt. Ich versteh das nicht. Du kannst da runter scrollen noch, ne? Nee, kann ich nicht. Hier. Ich hab bei Übersicht, hab ich da neben Übersicht so einen leuchtenden Punkt. Ja. Und dann bringt man alles nicht. Dann gehe ich auf eine Acht da. Alles klar. Okay. Einmal einzelne Waffeln. So, warte mal. Hier ist was. Hier kann man was untersuchen. Und das habe ich jetzt gemacht. Aber hier ist Dietrich. Warte mal. Ich mach mal auf. Oh. Dietrich? So, ich hab aufgemacht. Dietrich. Oh. Hier haben wir Bilder. Ach, du machst schon weiter. Ich bin... Das hat auch nix. Ich hab mir doch gerade gesagt. Ich hab... Alberto. Ich hab den Dünger. Vincenzo. Kann dich kaum hören. Ich hab dich mal ein bisschen geheilt. Danke. Der hat uns alle verkauft. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad. Triff ihn da. Ich komme sobald ich kann. Du... Sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Beeil dich. Aber... Ich würde sagen... Aber... Ja, wir bleiben aber hier. Wir bleiben hier. Äh... Können wir hier irgendwo pennen? Ja. Wo denn? Ja, hier. Jetzt kommen sie wieder rein. Ach, hier drin? Hörst du? Ja, aber ich möchte aber hier... Hier drin die Absage machen. Ich verfolge das Ganze über... Hier draußen, meine ich. Dein Papa... Ich... Hältst du das für eine gute Idee? Außer mir ist ja erst 17 Uhr ein Novat, ne? Mach! Bitte! Ist ja erst 17 Uhr ein Novat, ne? Ja. Okay. Wir sehen uns wieder, wenn's an einem Morgen ist. Also, macht's gut. Bis dann. Tschü! Tschü!